Wenn Ihr Haustier haart, haben Sie Ärger mit Haarmonstern. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das haarige Problem lösen. Firminator präsentiert, wie man lästige Haarmonster bekämpft. Folgen Sie unseren einfachen, aber extrem wirksamen Pflegetipps, um Sie loszuwerden. Um lose Haare um bis zu 99% zu entfernen, reichen 10 bis 20 Minuten Anwendung pro Woche. Die neue, gebogene Edelstahlkante folgt sanft den natürlichen Kopf- und Körperkonturen Ihres Tieres. Dank SkinGuard mit abgerundeten Ecken gleitet das Tool sanft über die Haut des Tieres. Wählen Sie je nach Größe und Felllänge Ihres Hundes das passende Dish-Shedding-Fellpflegewerkzeug aus. Führen Sie das Tool in kurzen, sanften Strichen über das Fell. Dabei gleitet die Klinge tief unter das Deckfell Ihres Hundes und entfernt schonend die lose Unterwolle. Denn die meisten losen Haare stammen aus der Unterwolle. Das Firminator Dish-Shedding-Fellpflegewerkzeug eignet sich ebenfalls für Katzen. Bürsten, Baden, Reinigen, Enthaaren bedeutet weniger Haarmonster.